Die Klasse, meine Damen und Herren, wer gewinnt hier den Stamm? Margit Wolinski im GTR, die vierte Position Margit Wolinski. Und dahinter haben wir Chris Harris und Sender Gwettler. Mit der Klasse, die Klasse haben wir dann die Klasse. Deine Anerbautscher, die Klasse Wissler. Lukashianke, Sendergott und Stefan Kahn. Hans Wolinski hat das hier ein Seil von der Rotensteine Position bei vielen Menschen mit dem Azeigen. Wir haben jetzt so, ja wirklich, alle Anstrengungen, die da beteilten, denn er fiebert für seinen Fahrer. Wir haben jetzt schon jemand vom Team zugegeben, der hier zeigt, dass er im Steck, der hat schon im Training angedeutet, was es heißt, hier im Weltmaßenschaftsverband, dass es Dillen etwas ganz zusammen ist. Ja, ja, ja.